Ein gutes Filter- und Ventilationssystem ist ganz wichtig für Ihren Anbau. Wir sind CanFilter und wir vertreiben schon 30 Jahre Filter und Fans auf dem Hydroponic-Market. Heute sind wir in Vienna auf der Cultiva und wir introduzieren heute hier unsere neue Ventilation unter dem Namen Q-Max EC. Das ist eine neue Technologie, die alte Technologie, das waren die AC-Geräte. Mit AC war man immer abhängig von der Ampere, wenn man einen Controller brauchte. Zum Beispiel mit einem 5 Ampere Controller, ein Gerät hat zwei Ampere, kann man nur zwei daran machen. Mit der EC-Technologie hat man dieses Problem nicht. Es ist ein easy-to-use Plug-and-Play-System. Es geht mit einem Jack-Connection. So einfach ist das. Unsere EC-Controller kann man mit jedem Gerät anwenden. Die einzige Frage ist, vielleicht braucht man einen Connector für den Anschluss, aber es ist wirksam mit jedem EC-Gerät. Also, was kann man alles einstellen mit dem Controller? Die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Minimum-Speed, die Maximum-Speed, die Tages- und Nacht-Programm und auch Unterdruck. Unser Vertriebspartner in Österreich ist Indras Brandet aus Wien. Mein Name ist Jim, ich bin General Manager of CanFilters. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.